ha hallo und willkommen zu einer neuen runde skyfactory 2 letzte folge hatten wir das qideecrafting versucht zu bauen und ich hatte ja alles vorbereitet bis auf das quats und als ich dann mir die aufnahme im nachhinein angeguckt habe dachte ich so wie blöd kann man sein in dieser kiste hier oben war einfach nässer quatsch drin was ich aus solchen blutbergs bekommen habe also habe ich das hier schnell fertig gecraftet das heißt jetzt ist das qideecrafting fertig wir können dann die conduits machen ja das ist auch wieder ein bisschen was durchgebraten und ich zeige euch mal wie viele energy notes ich noch offline gemacht habe fünf stacks fast das ist ein bisschen was außerdem habe ich das war total witzig ich habe genau ein monster gekillt und habe direkt so ein fleischgootback bekommen genau das was ich gerade brauche noch mal 20 guckt wie die andere ist verloren naja auf jeden fall haben wir erst mal essen jetzt will ich mal gucken nach dem lava generator denn ich will ja den lava generator und dazu brauchen wir diese teile ich hab das schon mal geguckt denn die sind extrem teuer dazu braucht man irgendwie super viele von diesen teilen die so richtig krass schwer zu kraften sind und weiß nicht ob sich das lohnt du brauchst du so unendlich viele redstone blöcke meine ja gut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wir können uns jetzt einfach mal ein stack redstone blöcke kraften naja ob sich das jetzt so doll muss ich mal gucken dann habe ich mich verzehrt ach nee das so und dann braucht man wieder super viel super super viel gold wo ist das ganze gold ich guck nochmal ob ich irgendwo gold ja genau hier ist noch gold dass ich noch gold dass habe naja hier ist noch ein bisschen was kraftig schnell zusammen tue es in diese coole maschine die das automatisch raus zieht die restlichen zwei die sind verzichtbar rein damit und windows taste jetzt gucke ich einfach mal so ein bisschen was ich beziehungsweise wie viel ich davon machen kann hier sind noch gold nuggets die sind vielleicht auch ganz praktisch dafür und er hatte eine sagt muss ich die ganze metering noch ändern das irgendwie gut drin ich bin es nicht raus es dauert noch kurz also wir brauchen die transfer energy 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 no genau ok diese hier brauchen wir dafür geht das machen wir zum schluss machen wir zuerst das heißt wir brauchen zwei speed upgrades redstone blöcke in die ecken und dann das geht ja vom preis her bekommt man 4 stück das ist ganz in ordnung und dann dieses komische dinge dafür braucht man doch mal speed upgrades also auf jeden fall brauche ich noch mal speed upgrades mache ich mir einfach mal ein paar von so gold nach da so so haben wir wieder wieder upgrades geben aber ich mag ganz schnell aus dem crafting table raus okay jetzt ist das wieder übersichtlich hey was denn was denn das für ein geiles ding ach so okay was mit recording das krieg ich mal noch nicht so easy hin jetzt haben wir hier ein paar speed upgrades das heißt ich kann mir dieses verwirrende dings machen wo ist es das da drei speed upgrades ich mach gleich mehrere davon und wir haben super viel redstone mann und jetzt dieses teil wenn man immer so sein eben davon davon und jetzt die redstone blöcke heißt wir haben 15 stück davon hier und dazu brauchen wir jetzt noch diese teile in der perlen ja ich nehme lieber die enderperlen das ist irgendwie am easy jetzt hin auch wenn auch noch clean stone ich glaube ich habe auch gar keine enderperlen mehr doch das das heißt ich mache mir erstmal jede menge slaps davon alle hier rein passt genau jetzt haben wir wieder kein klasse warum können die materialien einfach da sein jetzt muss ich mir erst dann muss mir ernsthaft erst dann durch hemmen ist doch nicht wahr sehr schön 22 glas haben wir jetzt das heißt es reicht nur aus für die habslabs die ich auch gemacht habe boah es bleibt sogar redstone übrig das heißt ich nehme mir mal das hier auf einmal dafür brauche ich noch ein paar chests ähm ich würde mal sagen ich verwende meine ganzen enderperlen dafür also brauche ich 13 chests das heißt ich brauche 26 holz so viel habe ich nicht okay dann kann ich doch nicht meine ganzen enderperlen verbrauchen ähm so alle chests dann enderperlen olo das ist ja ein bederwerk äh okay achso okay verdammt man braucht clean stone dafür das ist nicht den ihr ernst würde jetzt muss ich noch geht ich habe clean stone in meiner kiste gefunden ich habe auch nicht geteilt wir können den chat ähm wäre ich gerade in die welt gejoint dann wäre da eine schmeldung ich hatte da hinten was aufgebaut dann habe ich doch clean stone gefunden so kiste genau clean stone äh redstone enderperlen und diese teile dann haben wir da was von natürlich noch ein bisschen mehr redstone wann so viel redstone diese automatische produktion laufen ansonsten werden wir an diesen rezepten so kläglich gescheitert bescheidert bescheidert ja bescheidert raus damit raus damit die tun ich mal hier oben mit rein und jetzt wo waren wir das haben wir jetzt brauchen wir nur gold und dann funktioniert das ganze auch schon also hier im qed crafting ein so dann das gold drumherum und in die mitte diese teile und wie kann ich das ganze jetzt starten dass ich das automatisch oder äh nicht wie startet das wie starte ich das muss ich das irgendwie an energie anschließen äh äh okay bitte was mhm ich lege das jetzt hier nochmal rein und danach google ich einfach mal was ich da jetzt genau falsch gemacht habe bzw. was ich wirklich machen muss äh äh meiner mit ja genau das ist das was ich haben aber wie wieso bekomme ich das müssen wir jetzt eigentlich losgehen ok ich google zum pp ich habe mir das jetzt mal angeguckt man braucht dafür solche äh 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 von vorhin und ich hoffe einfach, dass bei der Mobfarbe noch was liegt, denn mein glatt App hier, Pykin App hier, hatte da ja was gefarmt, gg, da liegen halt gleich in der ersten Kiste, wo ich drinnen, wo ich reingucke, zwei Enderperlen, äh, fast zwei Stacks Enderperlen, okay, mir scheint das Wasser noch, uh, jetzt wächst, ich überlege, tut mir leid, Pykin MP, ich darf die bestimmt nicht öffnen, Problem ist, da können Enderperlen rauskommen und die brauche ich nun mal, gerade extrem dringend, okay, kam keine raus, Taumium, okay, das darf, heißen Helme aus dem, aus dem, äh, blut weg, als ob da, aber irgendwie rauskommt, sowas von Verschwendung, naja, ähm, ich habe jetzt ein paar Stacks Enderperlen und daraus crafte ich mir jetzt einfach mal das Zeug, äh, ich brauche wieder Obsidian, davon habe ich doch bestimmt hier noch was, irgendwo, ja, zum Glück, äh, vier Stück, genau, mache ich einfach mal so, muss ich das so anordnen und Blaze Powder brauche ich, äh, sieben Stück, okay, so, äh, nee, Wetterpatch, also muss das, das, genau, erst zu Ende auch craften, jetzt da rein, jetzt haben wir ein bisschen was von diesen Teilen und jetzt baue ich das links hier einfach mal ab, baue das nach hier drüben und platziere diese Teile dort rum und ich glaube, die sollten das dann irgendwie auch gut machen, warte, ähm, ich kenne das Rezept, das ist inzwischen schon auswendig, so oft habe ich das gemacht, das Gold muss so, naja, hier in die Ecken rein, äh, diese Teile rum, ah ja, jetzt beginnt das zu arbeiten, dann bekommen wir das, zum Glück hat es nur zwölf Minuten gedauert, ehe ich das rausgefunden habe, äh, überhaupt nicht übertrieben lang, jetzt haben wir aber hier ein cool Idee Crafting und bekommen die Energy Pipes, äh, eine Transfer North Energy und ich baue mir jetzt mal meine Lava Generator ab und baue mir noch ein paar mehr Lava Generator, denn die brauche ich jetzt natürlich, um die nächsten Lava Generator zu bauen, ähm, gucken, Lava Generators, Ofen, Eisen, Redstone, okay, also, Eisen soll kein Problem haben, äh, warte, Gold ist das Problem, ah, ich sehe das Problem gerade hier, okay, ich denke mal, das mit dem Gold kriegen wir jetzt auch gleich hin, äh, Öfen sollte hoffentlich kein Problem sein, machen wir einfach erst mal schon mal ein Stack provisorisch, ah ne, ein halber Stack, so, so, okay, es ist irgendwie mehr als ein halber Stack, kann gut rechnen, nicht, dann Redstone, äh, das Zeug, dann muss ich mir hier mal Eisenblöcke craften, äh, ich glaube, ich mache mir einfach mal irgendwie ein Stack, äh, von den Teilen, ähm, na gut, Eisenblöcke habe ich ein paar von, äh, ein Stack habe ich fast, drei Stück brauche ich noch, okay, also genügend Eisenblöcke haben wir, jetzt brauchen wir, oha, wir brauchen fünf Stack Gold und zwei Stack Redstone, okay, jetzt mit dem Redstone kriegen wir hin, so und so, hole ich einfach noch ein bisschen was, meine Redstone brauche ich glaube ich, dass die automatische Maschine jetzt mal wieder laufen, äh, Redstone nach da, Eisenblöcke nach da und das Gold, das hole ich hier einfach schon mal drumherum, jetzt haben wir noch mehr von den Lava Generatoren und die muss ich jetzt wieder zusammen, äh, was heißt wieder, die muss ich jetzt zusammen craften, mit dem Teil, den ich hier raus bekomme, nice, neun Stück, alter, das geht übelst schnell, ich dachte, das geht richtig langsam, aber das geht richtig schnell, okay, ähm, hier, der mal achte Generator, äh, hier rein, hier rein, ähm, diese Teile hier drumherum, diese Teile drumherum und in der Mitte eins von diesen Nodes und dann haben wir unseren achter Lava Generator, ich will jetzt direkt eine richtige Steigerung sehen, lol, der zieht, er zieht halt die komplette Lava, die wir hier produzieren raus, okay, ich würde sagen, da müssen wir uns mal um die Lava Produktion kümmern, haha, ist das ok, ach ne, jetzt, jetzt hat es sich aufgemüllt, okay, alles wieder gut, aber sie ist nicht konstant, also, wir müssen uns um die Lava Produktion kümmern, das machen wir aber beim nächsten Mal, ich hoffe, euch hat's gefallen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, bis dann, ciao, ciao.